Grüß euch liebe Freunde. Ja, ich möchte mich als allererstes bei euch bedanken für all die wundervollen Kommentare. Entschuldigt bitte, wenn ich mal einen vergieße zu beantworten und das beantworten wird auch immer kürzer, was so viel sind. Ich komme da gar nicht mehr nach und ich möchte mich auch bedanken für die Mails, die ich kriege und WhatsApp Nachrichten und für eure schönen Worte der Dankbarkeit. Danke, danke, danke. Ja, und einige von euch, die haben mir geschrieben, sie möchten mir eine Wertschätzung geben, sie möchten gerne was spenden. Und ich nehme das dankend an, aber nicht für mich. Ich möchte das machen wie der Bruno Gröning. Der Bruno Gröning, wenn er Spenden gekriegt hat, dann hat es wirklich Armen gegeben, die es wirklich gebraucht haben. Und so möchte ich das auch machen. Wenn jemand von euch sagt, er möchte meine Arbeit da wertschätzen, ist es für mich eine ganz große Freude und ich bin da sehr, sehr dankbar. Aber ich werde keinen Cent davon für mich behalten, weil ich finde das einfach nicht richtig, weil ich mache das aus Liebe und weil ich selber so viel Gutes erfahren habe dürfen. Und deswegen mache ich das sehr, sehr gerne da auf YouTube oder auch meine WhatsApp-Gruppen, die ich habe und so. Ja, ich schreibe euch einfach mal unten in die Infobox, schreibe ich euch meine Mailadresse und wer meint, dass er was geben möchte, wie gesagt, der kann man einfach mal schreiben und dann wird das dann in die Wege geleitet. Und ich sage schon mal Danke dafür. Aber ich bin noch viel, viel dankbarer für das, dass ihr meine Videos anschaut. Und ich bin auch dankbar, dass viele von euch das beherzigen, diese Lehre Bruno Grönings, dass es in die Tat umsetzen, dass ihr an Gott den Glauben wieder gefunden habt oder gerade findet, dass ihr Jesus Christus folgt. Wie der Bruno gesagt hat, wir müssen Christus folgen. Und dass wir Bruno Gröning vertrauen. Und das ist für mich das größte Geschenk, wenn noch ganz, ganz viele Menschen umkehren, die große umgehren zu Gott, hat der Bruno gesagt. Und ich bin nur so dankbar, dass ich dir helfen darf, dass ich ein ganz kleiner Teil vielleicht dazu beitragen darf, dass der eine oder die andere wieder zu Gott findet, wieder die Gesundheit erlangt, wieder Freude am Leben hat. Und das ist für mich das Schönste, was es gibt. Und ich spüre da so viel Dankbarkeit in mir und so viel Glückseligkeit. Danke, danke, danke. Ich umarme euch alle. Die Welt ist in Frieden. Ich bin Frieden. Ich bin Frieden. Ich bin Frieden. Vielen Dank.